Hey, ja. Nämlich? Geht das vielleicht auch ein bisschen lauter? Die Diät, schon vergessen? Die Diät, um die Sie nicht gebeten haben. Vielleicht haben wir uns missverstanden. Es reicht nicht, den Zettel zu lesen, auf dem sie beschrieben ist. Sie haben sechs Pfund zugenommen. Was will ich nicht sagen? Ich sage Ihnen, was ich jetzt mache. Ich bleibe hier und ich stelle Ihnen von hier aus eine kostenlose Diagnose. Ihr Blutdruck ist zu hoch, die Cholesterinwerte sind am explodieren und Ihre Beine tun Ihnen weh. Das ist auch kein Wunder bei dem, was Sie durch die Gegend schleppen müssen. Also wenn Ihnen irgendetwas an sich selbst liegt, merken Sie sich dieses eine Wort. Salat. Was ist das? Mann, das Gesülze macht einen ja mürbel. Ich bin meine eigene Arzt, klar? Den Weichmeier können Sie der Katze in den Scheitel schmieren. Das war's. Das war's. Untertitelung des ZDF für funk, 2017